Ich habe im Internet gegoogelt, was man machen könnte und irgendwann stand dann halt, ja, wir können jetzt mal Pornos machen. Im ersten Monat haben wir direkt 10.000 Euro verdient. Das war echt ein magischer Moment für uns. Ich habe niemals im Leben gedacht, niemals im Leben gedacht, dass wir sowas machen. Niemals. Viele der Erfolgsbarrieren sind einfach nur, weil die Leute tief drin denken, sie haben es nicht verdient. Ich möchte da nicht in der Öffentlichkeit nackt. Es tut mir leid, aber so mag ich nichts zu arbeiten. Lass es. Man schreibt sich einfach selber dein Mindset auf dem Papier und du lässt sie jeden Tag in den Spiegel hohen. Es funktioniert wirklich. Ich bin die Beste im Bett. Ich bin der geilste Mann der Welt. Alles, was ich anfasse, wird erfolgreich. Und dann kannst du dir quasi alles einreden und irgendwann glaubst du es. Es gab ein Paar, die gesagt haben, du hast das Stress dein Leben, warum machst du das? Was ich eigentlich nicht nachvollziehen kann, weil ich verdiene so viel Geld, mir geht es so gut, ich fühle mich frei, ich habe Nico. Besser kann es mir nicht gehen. Ich bin ein wenig Werker und meineию. Tod wird es mir fascinated. Ich helde die Beste. Arbelust 여섯, bis wir uns auf Cuid해�ers